Slowdown, was sind das denn für wicked Teilnehmer? Mit solchen Texten sind die für mich doch kein Thema Dann haben die noch so ne Scheiß-Sound-Qualität Kein Wunder, dass mich dann der Sound in der Quali quält Die merken nicht, dass Rap den echt nicht liegt Und picken dann natürlich nen miesen Gangster Beat Dann denken sie noch, dass sie krass rappen Doch können mich nur mit ihrer Fresse abschrecken STB hat nur krassen Hype wegen diesem Artis-Blind Ich leg den auf Eis und dann nennt er sich Artis-Blind Oli Weibach, du weißt, dass du nicht so doll klingst Drei Jahre wusste ich nicht, ob das ernst oder Troll ist 2.000 Abos und so wenig Klicks Das spricht die Qualität der Teilnehmer für sich Ernst und nehmende Gegner sind nur Taubo und Mirrix Der Gräschengegen packt gegen mich doch eh nix Der Gräschengegen packt gegen mich doch eh nix Bis zum nächsten Mal.